Hallo und herzlich willkommen zu Prop Hunt zu einer neuen Runde jetzt verlieren wir erstmal alle und entschieden Deiner ist jetzt ja Niklas toll du bist zu spät gejoint auch unter voll jetzt wirst du es weg Tater Niklas kommt immer zu spät hä warte mal warum sind wir jetzt wieder Hunter wenn ich ja ich hab Hunter ausgewählt und dann müssen wir dann nicht Prop sein ja also ich bin Prop und nicht Vactator eigentlich bis jetzt sind wir ja noch nie gestorben ernsthaft ne eben hat es mit Runde 3 begonnen so was und jetzt beginnt es plötzlich mit Runde 2 hä jetzt Runde 2 ja das ganze Spiel ist ein bisschen verwirrend ja ich weiß deswegen wollte ich es nochmal neu draufpacken hä wieso bin ich Spectator und werde als Prop angezeigt ja weil du zu spät drauf gejoint bist oh shit das nennt sich zu spät joinen das wird er nicht verstehen oder schlechtes Internet nennt sich es auch hab nicht gesehen dass ihr schon gejoint habt weil ich die ganze Zeit gewartet hab ich gedacht ihr sagt dann irgendwie so was ja deswegen sag ich hallo und herzlich willkommen zu Prop und dann sind alle gescheuert ja auch immer da hallo hätte aber was guckt hoch vom Küsten runter ich sehe glaube ich alle Leute hier oder zumindest deren Waffen schweben so mal gucken grad wo ist der ernsthaft lol die Dinger da fallen jetzt runter oh das war ja nicht so gut das war ja nicht so gut gehen alle wissen hm aber der ist hier bewegt sich der ist denn gerade äh Hunter äh da hinten ist ein zivil oh nein ich wusste da hier hinten ist irgendwo eins also ihr seid in zwei verschiedenen Stockwerken seh ich wohl ja ich bin unten ja das seh ich oh der eine springt gerade jetzt seid ihr bei den Mülltonnen sind da gelaufen seid ihr bei den Mülltonnen einer ne zwei sind bei den Mülltonnen AHHHHH der ist dahinter der ist dahinter der ist dahinter hinter der Mülltonne ist er AHHHHH Andy geht glaube ich LÜGE Andy geht glaube ich gerade wieder die Treppe hoch da ist er nein der ist ja der ist ja rein gerannt der ist ja rein gerannt Andy geht die Treppe hoch eine LÜGE er rennt hier raus er rennt hier raus eine LÜGE er verwirrt uns vorher er rennt hier rum er rennt hier rum also ich sehe größtenteils wo ihr seid eine LÜGE oh jetzt er hat kaputt lang eine LÜGE er läuft gleich zu Andi ja genau AHHHHH hör nicht durch oh man wie du ist das kacke wo ist er hin? Andy ist er bei dir? der ist nicht hier raus der ist nicht hier raus schon mal der ist hoch der ist hoch der Sache der ist in Schacht glaube ich oder? ja hier gibt es aber relativ viele Dinge weißt überhaupt nicht was ihr habt wir haben verloren ja ich auch nicht ja ich würd sagen lol jo jetzt nach oben lol what the fuck alter also fass er lebt aber nicht mach ich mach ich komm hör doch um darüber ab zu spielen was denn? er hat doch recht das gibt ihm doch den Spaß lass das mal den Echse machen ne den Andi ne der Echse macht das nicht gut ja ey ihr seht mich grad oder was? ach komm ey ähh alter alter sag ich mal so ich seh euch fast immer ach scheiße ich bin quasi so NSA Andi du musst den Stuhl nicht bewegen dass es hier keinen First Person Mode gibt so cool also Echse hier ist irgendwo jemand hier ist irgendwo jemand ich beweg die eine Tür die andere ne wir müssen durch die Tür beachten die oh mein Gott wie Andi sich so langsam umdreht immer uuuh das war knapp vor allem ich seh ja alle aber ich weiß nicht ob die in meiner Nähe sind soll ich einfach mal rein werfen oder? du hast ne Nate wo hast du die Nate? sag da ich werfe einfach mal rein ja warte 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 weißt dass du dann stirbst ja ist mir scheißegal muss man mal machen geh weg geh weg geh weg guck dir grad in den Regalen ja ist keiner tot im Reifen da lass den Reifen bitte nur ey du bist tot ok ja wer ist das? ah man ey wer ist das? wenn der hier liegt dann drückt doch ja auch mal die die Arme drückt dich nicht so um verlass mich bitte nicht ist überhaupt schon jemand tot ey 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 wer ist gerade in dem Raum mit den äh tischen da? ich ah hallo Andi ja toll ey ich kann ja ein Tipp geben nicht hier Aua das läuft wieder jemand im Garten also Andi lass das nicht durchgehen das war hier hehehe hä wo? lol hallo hier ach so sieht die Karte aus wo? hä? hier unten auf dem Boden ja hä wie geht es? hä wie geht es? was zur Hölle schon wieder Hunter ernsthaft? ernsthaft? sag bloß wir werden jetzt nur Hunter ey das ist scheiße ich will mich auch mal verstecken nein Exo du darfst das nicht ist denn das hier bitte? äh oh mein Gott meine Facebook wird gerade zu geswammt uuhh ich will mich auch mal verstecken hier ey komm wieso werden jetzt schon wieder Hunter äh du äh geht's ab hallo Stein hier die ganzen Waffen schweben Leute ist er tot? er ist nicht tot er ist ja irgendwo mach den kaputt mach den kaputt los drück den Stein ja ha 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 ich wusste ja ich wusste ja der kommt ja gerade rein oooohh dieses Facebook ne na Maxi mag fehler hm Alter da ist der Platz ey das ist das ist total scheiße da rein kannst du eigentlich überhaupt nicht sehen Ja. Es ist echt total unfair. Du beschwerst dich über unfaire Sachen, das darfst du aber nicht. Also sorry, da kannst du einen überhaupt nicht killen. Du darfst dich aber nicht über unfaire Sachen beschweren. Ist doch echt so, da kannst du einen überhaupt gar nicht killen. Wie wollen wir dich da killen, wenn du da unten bist? Das ist unerreichbar für Dings. Vor allem wo unten? Ja, du bist unter das Regal gerannt. Ach komm, kann mir Gott einer helfen. Das stimmt aber nicht. Wetten, dass du jetzt ganz woanders hockst schon? Ich bin schon lange ganz woanders. Ich war nie unter dem Regal. Ey, kann mir kurz hier jemand helfen? Hallo? Hallo? Komm doch mal zurück ey. Kann mir kurz die Kiste jemand wegräumen? Die Kiste neben mir. Merkst du, dass es keiner will? Ich bin kein Paketstapler. Geht doch mal zehn Betränkeautomaten. Die Kiste wegräumen. Die geht nicht weg, weil das Teil hier ist. Okay. Da ist alles in! Der ist ja rein, der ist ja rein, der ist ja rein. Ich seh's, ich guck mir das nicht rein. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Der ist hoch gerannt wahrscheinlich. Ja, ich geh außen hoch. Wie nice das einfach ist. Ja, du bist wahrscheinlich gar nicht mehr hoch gerannt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich hab ihn gesehen. Oh, 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 warte mal, warte mal. Ah, diese Dosen sind so... Das ist ein schönes Lied. Das ist so scheitig wie die kleinen Dinger. Wer ist denn? Das ist so scheiße wie die kleinen Dinger. Wer ist denn? Oh, 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 oh. Warte mal nochmal. Und schon das Lied. Da ist er, da ist er, da ist er Dose, die Rände rein. Ey, da rollt ein Fass. Alter, was soll ich denn für'n Sound? Vor allem, wie lang geht denn der? Ich weiß, was er hier drin zumindest gewesen ist. Maxi folgen wir gar nicht mehr. Maxi, ich glaub, sowas muss ich auch mal tun. Der wär besser als sich mal verstecken. Ich weiß. Ich weiß schon gar nicht, was besser ist. Jagen oder verstecken, das ist beides wirklich gut. Ne, jagen ist scheiße. Verstecken lustiger. Was zur Hölle? Wenn man sowas macht wie Maxi. Ich war direkt neben mir. Oh shit. Ne, ich hab nicht. Was? Ich hab nicht gut. Goom, genial. Genial Goom. Der ist wieder ein. Oder einer zumindest. Genial. Ne, ne, ne. Ey komm, Mann, ich kann doch überhaupt nicht treffen. Wie lange geht das vor allem? Wie lange geht das vor allem? Es geht nicht, ich... Wir kommen jetzt noch die ganze Zeit. Der ist hier, der ist hier, der ist hier irgendwo. Der ist hier, der ist hier irgendwo. Ja. Sag dir, wenn du auch kommen musst. Jetzt, da rein. Da du dich, da du dich. Ja? Hätte ein Cat auch passiert gewonnen? Ja, 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 ja. Ja? Ja, eigentlich schon, wenn wir überleben. Nein! Nein! Doch! Schöne Wunder. Ich bin gerade, ich bin gerade Dings gewonnen. Warum bin ich. Jawoll! Das passt doch! Huuui! Boah, Wabbelkeks. Du hast gerade nen Sextaping kurz gehabt. Oh nein! Ja, das Lextaping. Jetzt hast du ne Fünfaping. Das ist ja übelst. Du bist ja übelst Krieger als du. Das ist ja übelst OP. Übelst unfair eigentlich. Mh, mh. Okay. Die Map hier wirklich. Huuui! 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 Wo ist denn hin? Die sterben. Huuu! Huuu! Ich bin weg! Huuui! Huuu! Huuu! Das ist zu genius! Huuu! Huuu! Ey Scheiße, das kann ich in ner Runde nix anders sein! Hallo! Huuu! 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 Maxi! He! Mmh! Den zeigen bis jetzt, hm? Wo ist der? Was ist der? Ach! Vom Orbital! Alter! Der hab mich nicht gesehen! Ernsthaft, ich bin direkt neben einem lang gelaufen! Mal gucken. Wenn man das kaputt macht, kriegt man auch Lebensschaden, okay. Jawohl, hallo. Hallo. Oh fuck. Boah, du. Kein Hallo. Johanni. Ja, hallo. Nein, ich komme nicht rein. Fuck. Diese Geräusche sind teilweise echt verstörend. Exe, du bist zu schlecht, das kann ich nicht. Ey, wer hat der mich sehr getroffen? Ja, weil du zu schlecht bist. Ja, aim, ne? Aim fucking aim. Ich bin auch die ganze neben euch hergelaufen, wie gesagt, du hast die ganze Zeit versteckt trotzdem auch. Ich bin dahinter und ich bin vorbeigedorfen, das ist so geil aus. Oh ja, ich weiß also, bah. Andi. Oh, nee, wie klein ist aber drin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Gläder, wenn ich alle gleichzeitig zerschieße, bin ich fast tot. Andi ist auch nice, das versteckt. Da kommt eh keiner drauf, solange Johanni sie alle ablenkt. Äh, Mann, was suchst du da? Ich suche da Objekte. Ähm, da ist ne Dose. Ach, echt? Ja, ja, ja. In dem Schrank glaube ich, oder hier irgendwo. Ne, ne. Ist eigentlich hier hinten so ganz unfair versteckt. Haha, Andi fühle ich mich. Ja, was denn? Du kannst ja das Dose einfach so gut verkleiden. Ja, das ist echt okay. In der Lagerhalle. Boah, du triffst die ja kaum. Du kannst ja auch den Tricks, du musst einen sauguten Trick benutzen. Nö, brauch ich doch nicht. Vielleicht dafür. Oh, oh. Andy, Andy, Andy. Ich nehme einfach die andere Waffe. Oh, fuck. Du kommst dann glaube ich nicht mehr raus. Glaube. Ah, warte, ich hab noch ne Granate. Oh, fuck. Oh, man. Schön. Wer ist noch Andy? Dann hab ich alle drei selber gemacht. Das ist der Rest deiner Sackgasse. Wer ist da rausgekommen, wer jetzt mit sich riebt? Ja, ich will dich in die Achten trinken. Oh, man. Jetzt müssen wir aber auch zweimal in Folge werden. Ich würde eigentlich was anderes zuerst werden, aber hat es zeitlich nicht mehr geschafft. Bist du etwa dahinter? Andy, bin ich in deiner Nähe? Kann das sein? Nee. Ist denn irgendwer in deiner Nähe? Andy, ich würde sagen, ihr seid ganz in Andys Nähe. Wollen wir werfen Nate da rein am besten, oder? Ja. Ey, Andy ist das nicht ein bisschen arg obvious. Okay. Hab ich. Andy, ich würde sagen, ihr seid ganz in Andys Nähe. Was ist das denn? Äh. Äh. Okay. Banva, bin ich in deinem Team. Nur so. Ja, hab ich dann auch gerade so gemerkt, aber... Banva, Banva. Da ist ein Med-Kit, ne? Med-Kit? Mit Zwiebeln? Ja. Hab ich genommen. Ja, Andy ist halt ne ziemlich schnelle Dose, die sieht Goom nicht mal. Ey, ruhig eh, das Durchbacken ist jetzt wirklich bisschen blöd, aber egal. Ja, das zählt als gewinnt. Oh, da ist er an euch vorbeigelaufen. Direkt hinterm Wabbekeks ist er jetzt vorbeigelaufen. Das stimmt nicht. Oh, da geht die Kiste durch. 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 Ach, Mann. Dann hätte ich alle drei... Ach, Maxi, lass mir die noch. Dann hätte ich alle drei gekillt. Wieso hättest du alle drei gekillt? Das war die Runde vorbei. Ja, die Runde war zu Ende. Deswegen wäre ich die Kiste nochmal weitergegangen. Ich hab mich hinter Johanni dann die ganze Zeit... Nein! Den wollte ich jetzt nicht nehmen. Oh, Mann. Jetzt sind wir schon das dritte Mal Hunter. Ernsthaft! Äh, Ne. Exi, du wirst es nicht glauben, aber ja. Ernsthaft. Ey, das ist doch scheiße. Ich will kein... Danke, das ist schon besser. Äh, ich will kein Schrank sein. Jetzt denkst du dir. Alter, ernsthaft. Wenn du jetzt den Schrank in den Schrank hast, denkst, dann wird's echt geil. Ist doch nicht lustig, Mann. Ich kann mich nix verwandeln. Ja, fickt euch. Ja, ich bin schon jetzt weg. Ja, tja. Oh, scheiß Bugs, ey. Bestes Versteck, Maxi. Wir... Wirklich? Mhm. Derjenige? Ahhhh. Warte mal, welches Weg? Axi and sad. Ist die Toilette kein Prop? Nö. Das ist... Oder bin ich vielleicht in die Toilette? Hm. Oder bist du Manuel Neuer? Die Toilette macht keinen Schaden. Du bist scheiße, aber das heißt... Oh, Mann. Ne, Exi, die ist kein Prop, die ist gar nicht. Shit. Ah, fuck. So, das war's. War ein, wann war weniger? So, jetzt kann ich alles rein in die Toilette. Aber... Kann... Loil. Hm. Garn ich schon immer ernsthaft. Seit wann steht die in die Toilette, in der Toilette in der Müllzäule. Weil ich mir auch überlegt habe, ob die passt. Garn ich schon immer ernsthaft. Die Melone im Waschbecken, okay? Warte mal, der Tisch ist echt. ist das echt ein markt mag ich doch mal das ist doch langweilig erwarte ich will es ein bisschen hinaus zögern wissen alle verstecke durchgehen dann denken so nee da kann er nicht sein verstecke ich mich ja das ist nicht wie kann man zwischen den einzelnen props und er ist tot das gesehen das nannte sich aus dem Müllkartener kommst du nicht mehr raus ja ich seh ihn ah der rand hier rum in Gang komm man ernsthaft auch komm das haben die nicht gesehen ich hab's gesehen dass er in Gang ist hier rein wo ist er der ist da unten im Wend das ist ja ein Wend ist er nein ich bin nicht im Wend ich bin wirklich nicht im Wend du warst aber wirklich ich bin da nicht du warst du warst wirklich ich bin da aber nicht ja jetzt vielleicht nicht mehr nein ich bin da wirklich nicht ja auch lol du bist du bad boys bad boys whatcha gonna do ist denn wenn er kam für die Kürze aber er ist ja auch mal er und das ist auch mal die Züge da hat ihn gehen und er ist nach oben aber jetzt drei machen schon einmal Dings oder hat ach komm ja gut ich würde sagen ciao mit Abo tschüss tschüss tschüss